Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 mit mir, dem Lars und Mike. So, es geht weiter mit dem Renault. Ähm, ja, heute werden wir ein bisschen die Drehzahl überspringen. So, jetzt mal rückwärts fahren. Vollidiot, der ist für die Nacht hier eingeplant. Das ist ja überhaupt der Idee. Ja, ach ne. Boah, der Renault, alter. Heilwitzker. Ey, sie sind drin gar nix. Ey, sie sind drin gar nix. Ich bin's da hier in ETS gerade eben noch. Warte, ne? Ja. Das war nicht die... Wo wartest du? Salzburg. Okay. Das war nicht die höchste Drehzahl, die ich jetzt erreicht habe. Aber ich kann es gleich mal wirken lassen, oder? Ja. Ja. Wer soll ich denn? Ja. Ja. Ja, komm. Ja, ja, kommt höher. Ja. Es wird immer lauter hier. Hallo? Hä? Ja, wohin? Geh kurz runter. Hä? Geh kurz runter. Okay, ja. Normalerweise überdreht der schneller. Aber jetzt passiert... Ach nee, ich schalte jetzt mal kurz runter, weil der Innenaufwand kommt. Nee, ist halt hochgeschaltet. Jetzt runter. Ja, jetzt. Alter, Alter. Ich fahr übrigens mit Handschaltungen mal so zur Info. Ich hoffe nicht, dass ihr euch denkt, wir kriegen das mit Automatik. Nein, ich war mit Handschaltungen. Und jetzt Gang rein. Was denn jetzt? Gang rausgeflogen. Jetzt rein. So. Also... Naja. Das schnellste ist ja Roh... Ah, Roh-no. Roh-no. Roh-no jetzt nicht, aber... Ich finde die vom Sound her ganz okay. Das ist halt ganz okay, das ist echt geil. Ich kann jetzt mal runter schalten. Okay, ich hab da hier 22 Stunden. AHHHHH! Laut. Falsch Ansicht. Ja, ähm. Guck mal jetzt genau feststellen, kommt es da rein. Äh, ja, 22 Stunden. Baumstämmer. Baumstämmer. Wow. So, jetzt mal etwas Gas. Wir müssen mal in Schwung kommen hier, sonst... Ist es... Scheiße. Äh... Scheiße, Scheiße. Ich sag sorry dafür. Ähm... Die kommen los. Mann. Na, erschwächelt. Erschwächelt, glaub ich. Naja. Komm schon mal runter. So, jetzt hoch. Jetzt kann ich nochmal hochschalten. Jetzt kann ich nochmal hochschalten. So, runter schalten. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! So, wo es gibt Gas, ähm, Baum würde ich schon sagen, äh, L-Karten. Schneller! Ach, warum? Also wenn er hier bei 10ern gekommen ist, dann muss er euch rückwärtschalten, weil da ist die Grenze des LKWs er-Reicht. Ah, ich schalte nochmal runter. So. Schalten wir mal runter. So. 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 Du sagst wo letztens, du warst? Außerhalb. Ja, wo? Kann ich dir gleich sagen. Bei... Bei so einem Bauernhof. Sekunde... Achis. Keine Ahnung, wie das jetzt heißt. Warte, ich komm jetzt eh gleich zu dir. Und jetzt kommt doch den Tag auf. Ja. Ich hab ihn gesagt. Ich hab ihn gesagt. Der Tag wird er oder gerade nachher. Ich hab ihn gesagt. Er ist einfach. Ich habe ihn, ich hab ihn gesagt. Ich hab ihn gesagt. Ja, ja, ja. So, das war's mit der einen Folge... Oha, warum fahr ich denn hier noch? Das war's mit der Folge ETS. Willkommen, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!